Hallo und einen wunderschönen guten Morgen aus Dubai. Hier ist der Marc vom Team RaceBunch. Es ist jetzt viertel vor sieben Ortszeit. Wir sind gerade aufgestanden. Heute steht der erste Wettkampftag an. Wir sind erst gestern mit dem Rest von unserem Team zusammengestoßen. Die sind später als wir geflogen. Wie es der Zufall so will, hatten wir natürlich noch technisch ein bisschen Sachen zu klären. Wir haben noch bis gut halb zwei, zwei gelötet und geschraubt. Immer noch nicht ganz fertig geworden, leider. Deshalb wird es wohl heute auch noch ein bisschen weiter gehen. Immerhin ein Quad ist auf jeden Fall fertig, mit dem wir antreten wollen. Ansonsten geht es heute ums Qualifying auf einer Indoor Strecke. Die scheint sehr sehr technisch zu sein, sehr klein. Heute geht es darum, in fünf Minuten so viele Runden zu fliegen wie möglich. Und dann wird daraus die beste Runde ermittelt. Das widerspricht sich irgendwie. Was jetzt von Dubai genau wirklich zählt, muss man wahrscheinlich vor Ort herausfinden. Ja, es ist so ein bisschen Improvisierung hier. Und ja, die Details muss man wahrscheinlich vor Ort klären.